Moin Leute, Willkommen hier bei Spellforce, The Order of Darn Und äh, der Junge läuft hier grad spazieren und ignoriert uns komplett, das ist auch fein bei mir, I would say Und ähm, ja letztes Mal haben wir ja hier noch ein paar nebenquestswerten Rätsel haben wir gemacht Und ähm, tatsächlich hat der Strom der äh, Massen an Einheiten jetzt aufgehört, das heißt wir können jetzt hier schon weiter Ähm, sind sogar jetzt echt noch ganz schön Stückchen, Alter Ich hab noch über ein Viertel jetzt der nächsten Levels bis zu 21 bekommen, nice Ich hab's auch sogar ganz easy geschafft auf Stufe 20 zu kommen But the big question is right now, was soll ich leben? Ich hab keine Ahnung, was ich leben sollen Ähm, ich mein schwarz Magie Schwerrüstung, hätten wir irgendwas mit Schwerrüstung, was mir was bringen würde Ist halt die, Alter, okay Ja, ich hab sehr viel Schwarz in hier in meinen Taschen Schwerrüstung Ja, vielleicht wäre die Rüstung ganz gut, ich mein Ja, ich würde nämlich mehr Geschicklichkeit bekommen Und mehr Stärke Aber wir würden halt, ja, wir würden halt so viel andere Sachen noch verlieren, das ist halt das Problem Ja, sonst ich, ja, okay, dann sparen wir erstmal Erstmal die große Sache, die hier noch, äh, ist Ach, da kommen sogar noch ein bisschen mehr, okay Na egal Ein bisschen ausbilden, die Einheiten, die wir noch haben Und ich würde sagen, warte mal Können wir mal ein bisschen clearen hier schon mal Ich glaub, ich brauch aber mal mich mal eben hier Ich höre Okay, ich werde nämlich jetzt hier mal die, äh, Dinge uns einnehmen Können sich mal eben noch da platzieren Denn ich würde gerne noch, äh, 80 Einheiten haben Was wünscht die Rune? Auf dem Weg zu euren Diensten Zu Befehl Schlag sich die Rune Verstärkt die Deckung Elend Segen Mein Feinde für die Rune Für den Bögen Los, Schwestern Soho Okay Was ist das hier, ne Truhe Die kann ich anwählen, nur mit mir Ich hole die jetzt schon mal weg Hier sind aber immer noch richtig viele Stehe bereit, zu und Ehre auch mir Warum immer hier noch So zwei ganz normale kleine Hütten stehen Einfach so im Keine Ahnung Ist das einfach für die Von den Clownreißern oder so Das kann sein So Jetzt können wir wieder nach oben Direkt zu der Truhe Ich möchte mal wissen, was da drin ist Maybe Vielleicht ist da irgendwas noch geiles So viele Tiermenschen sind hier noch Ich dachte, indem wir hier am Anfang hochgegangen sind Haben wir eigentlich die meisten gekillt Und wir waren ja auch dann hier am Kämpfen Am Anfang Und schein haben wir nicht alle wirklich gekillt Das ist interessant Was wollt ihr? Meine leichtesten Übungen Das ist echt viel Alter, what? Okay, das ist echt sehr viel Oh, what? Okay, wir haben richtig viel Eisen hier auch Okay Hätts sich vielleicht doch ganz gut angeboten Hier auch die Zwerge zu nehmen Alter Ey, meine Maus, ne Geht mir so auf die Nerven Die wählt automatisch ab Weil ich irgendwie Wenn ich klicke Ist es manchmal so Dass die irgendwie Doppelklick macht Wo ich ohne ich das mache Schon ein bisschen ätzend Oh wow Er ist schnell tot Und deswegen wähle ich manchmal Die Einheiten automatisch ab Und dass ich das gewollt habe Ein bisschen nervig jetzt Aber hey Meine Maus ist ja auch schon sehr alt Muss man sagen Ist so eine ganz alte Ich glaube die erste Maus Die ich auch hatte bis jetzt Die Ruhe ist durch ein Schloss gesichert Wow Es ist ja sehr viel Information, man Wo meine ich die Pilze Für den Einen Kollegen jetzt eigentlich Ich meine die Truhe hat noch irgendwas Mit dem Typen mit seinen Pilzen zu tun gehabt Deswegen gucke ich mal eben Wo ist denn der Ach der Giftswerk Ich kann ja mal fragen Ich kann ja mal mit ihm schnacken Vielleicht Weil ich weiß halt nicht Wo die anderen Pilze jetzt sind Was soll das Ding Für die Rune Hm Oh das haus ist da immer noch am stehen gut ich meine die ruhe ruft wird sofort ausgeführt auf dem weg unverzüglich ich benötige hilfe bei der suche nach den pilzen habt ihr überhaupt schon gesucht kommt erst wieder wenn ihr mehr pilze was soll ich denn noch haben bevor ich ja hilfe bekommen ja vier stück habe ich doch schon rechterlich was soll ich tun soll es da hinlaufen was steht an einigkeit in die hände männer naja ich meine jetzt haben wir auf jeden fall hier ein bisschen linie noch ich meine sie haben 7000 den ich weiß nicht mehr ob wir das brauchen aber ich meine das war ja nicht irgendwo noch ein stein jetzt brauche ich ein erstes haupthaus für was ich jetzt von den zwergen eigentlich noch haben will ist halt erst mal muss ich die stein produktion halt an hier richtig hardcore damit wir halt stein bekommen und dann möchte ich halt hier sehr viele stein schweine zucht machen damit wir noch ein bisschen nahrung bekommen damit wir jedenfalls 80 einheiten kommen weil mit den elfen haben wir einfach keine gute produktion was er nahrung angeht weil wir sind immer noch bei 1.300 und haben gerade mal 60 gefehlt halt noch sehr viel das gebäude ist fertig das gebäude ist fertig mini jungs super start am start ist das wahr so den stein melz und dann noch eine stein noch eine steinbruch sollte das ja richtig mit voll speed abgehen oder nicht dann werden wir auf jeden fall auch noch die ganzen haupthäuser machen weil haben wir nicht genau wir haben auch schon großes haupthaus stufe drei haben wir das große haupthaus schon deswegen können wir dann auch den großen bingerns bauen den titanen ich meine aber für den titanen brauchen wir auch silber ne und eisen deswegen ach man auf mein kommando und los auf mein kommando alles klar das ist eine tolle sache nicht war der plan alles klar so wieder und weiter und jetzt sprinten wir eben hin und und blocken den eingang na warte kurz da kommt gerade was entgegen oh hell no vorwärts folgt mir auf mein zeichen sofort mir soll man mich verarschen verzichtet eigentlich mal los kusch kusch waren wollt ihr denn jetzt hier von mir verdammt meine güte ich glaube sagt wenn ein liter wenn eigentlich auch alle jetzt hier nach unten weil brauchen hier tun wir die halt nicht mehr weil ich ganz sind türme reichen aus um hier ein paar mal und da mal ein paar minotoren weg zu hauen sind nicht so jetzt ist die produktion immer richtig haut am start hier man geben uns lieber haben wenn wir massig eisen aber wir haben aber erst auf kein monsilber hier ich verarschen ich kenne uns aber ja nicht okay machen wir es erst mal so ich höre in die hände unterwegs hier äh wo willst du denn hin ich glaube es geht los äh warum gehen die nicht da hoch halt ja ja dann halt nicht spuckt in die hände Männer spuckt in die hände Männer eine meiner leichtesten das Gebäude ist fertig oder kommen jetzt sogar noch Trolle an ey was geht los ich höre ich höre was soll ich tun das Gebäude ist fertig los schicken ich ein paar elf mal nach das Gebäude ist fertig das wird ein Meisterwerk das wird ein Meisterwerk ja das glaube ich auch neid half zur Ehre So, komm, gehen wir jetzt mal dahinter. Können Sie ja nicht die ganze Zeit hier warten, bis da mal jetzt zum Zeitpunkt kommt. Das sind sehr viele, ich weiß nicht wie viele, 30, 40 Stück vielleicht, ja, wenn wir hinkommen. Also, ungefähr 40 Stück gegen 6, das ist ja eine gute Voraussetzung, wenn ich meine. Ihr müsst die Linien halten! Das ist ein Hinterhalt, stehe bereit, schlagt sie zurück, verstärkt die Deckung, Sie sind überall, Sie müssen halten, schließt die Reihen, haltet durch Männer, wohnen Krieger, zu mir, verstärkt die Deckung. Alter, bei den ganzen Leichen kann ich gar nicht die anderen Dudes sehen, die hier unten liegen. Junge, das waren nicht mal alle. Aber wie sich die da gestapelt haben, das war schon, Mann, Mann, Mann. Also, meine Minutoren sind echt, echt stark, ey. Ich würde sagen, ob die stärker als Trolle sind, glaube ich, einfach nicht. Also, es liegt natürlich jetzt hier am Level von denen, weil die halt niedriges Level sind, aber niedrig als die Trolle, aber ich glaube, würden die gleich hohes Level sein werden, die Trolle trotzdem stärker. Läuft die denn hin, ey? Schließ die Reihen! Zur Ehre Aonius! Schlag sie zurück! Vorwärts! Aha! Hier ist ja die Läuche. Okay. Augen verdreht und getrocknete Schaumformen und etwas scheint ihm nicht zu bekommen zu sein. Roter Waldling. Hm. Auf mein Zeichen! Schnell! In die Schlacht! Die Ruhne ruft! Auf dem Weg! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! On me way, Sir! Ich finde schon krass, wie man hier einfach aus dem Nichts einfach eine riesige Stadt aus dem Boden steht. Dampfen kann. Diese Elfen-Defense ist halt extremst krank auch. So, die bleiben halt da. Ich weiß ja nicht, ob die Trolle nochmal was da hinschicken. Auf mein Zeichen! Sofort! 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 Ich glaube, wir können jetzt einfach durchgehen. Ich meine, das Ding ist, man sollte nicht nur warten, damit man halt möglichst viel XP aus den ganzen Feinden, die an Massen produziert werden, halt rausholt. Sondern auch einfach, weil wenn man jetzt dann diesen Ansturm von Einheiten vom Feind die ganze Zeit hat, dann könnte man hier gar nicht einfach so durchlaufen. Wir haben ja gesehen, wie viel da gelaufen kam, immer von den ganzen Minotoren da. Die ganzen Trolle. Würden wir da dann immer gegenprallen, würden unsere Einheiten schon im Laufe des Weges dahin schon so viel kassieren. Das ist dann, ja. Ist natürlich jetzt nicht so schlimm, du kannst dann gut durchlaufen schon, aber du hast auch nicht so viel, äh, so viel, äh, Rohstoff und so. Deswegen ist es dann schon ein bisschen blöd, man die dann einfach verheizt. Auf mein Kommando. Aber, äh, hauptsächlich einfach echt doch nur wegen dem XP. Feindlicher Angriff. Jo, wir machen echt gut Schaden. Oh, da sind wir aber nicht die einzigen. Auf mein Kommando. Geil. Und los. Okay, lass mal weiter hier alles wegruhen. Okay, lass mal weiter hier alles wegruhen. Ihr wünscht? Geil. Sie sind überall. Hm. Ganz normale Minotoren, die hier rumlaufen. Die Rune beschiebt. Zur Ehre, Aonis. Guck. 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 Hat die Adamantium Splitter? Ja. Oh. Volgt mir. Okay, oh! Vollgt mir. und ich so stufe 10 sie sind überall alle durch männer wir werden angegriffen verstärkt die deckung verstärkt die deckung was wollt ihr haben wir jetzt schon genug rohstoffe um wieder aufzusteigen bei den einheiten limit ich glaube 2500 war das nächste müssten wir jetzt eigentlich schon 70 einheiten machen können nice ich kann ja eigentlich hier sammeln auch ein paar was kostet er denn monsilber und nahrung ja gar kein monsilber oh monsilber ich meine da ist eisen aber mehr nicht ja wir müssen die trolle ja eh noch weghauen dann können wir ja mal die trocken hier nehmen ja dann geh mal schön auf meinen befehl auf meinen befehl vorwärts schnell stufe 5 und so neu ist ja das ist schon echt niedrig man oh aber hier ist kein hier ist nur eisen 2000 eisen was soll ich damit machen also ich finde schon ein bisschen krass bereit was da für kack kram drin war nur in den kisten ich habe gesehen von den anderen kramen diese adamantium sachen das ist würde ich einfach meinen dass das halt quest gegenstände oder so sind da können wir immer laufen ihr puppnasen grund nicht irgendwo sonst monsilber ich meine keinen monsilber zu haben ich glaube deswegen habe ich nie die zwerge genommen weil monsilber ist schon wichtig zu wichtig als dass man ich meine nur eiseneinheiten kannst dadurch nichts machen wirklich dann bei denen jetzt halt nur ja ich spreeß das jetzt auch nicht so was sagen muss alter der ist wohl geil ja es ist also ich musste irgendwo monsilber sein mein zeichen vorwärts schnell